Oh no! Natürlich machen wir das! Und wir folgen gleich Ron und hoffen, dass wir Hermine helfen können. Und wieder gibt es hier neue Urnen zu ernten. Ich glaube, hier gab es aber keine Karte jetzt noch zu finden. Und ja, ich denke, deswegen können wir wahrscheinlich wirklich einfach Ron hinterherlaufen jetzt gerade. Bist du hier, Ron? Nö. Nö, bist du nicht. Okay. Wo geht's dann lang? Mein Cologne. Okay. Ich renne vorwärts. Oh Gott. Oh Gott, ja. Aha. Ist gar nicht kompliziert mit der Steuerung. Okay. 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 Weiter. Ja. Sieht doch sehr gut aus. Aha. 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 Ja. Und ein bisschen um die Ecke. Und aha. 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 Und springen. Ja. Das sieht doch gut aus. Das kriegen wir doch super hin. Hm. Und wieso kann der Troll auch springen? Der wiegt doch bestimmt ein paar hundert Kilo. Okay. Wie lang geht das noch, bitte? Wie lang geht das noch? Ja. Und speichern. Das ist gut. Okay. Aber es geht noch weiter. Geschafft. Die Troll ist enormes. Harry, ich versuche den Trollen so es fassen Sie ihn in der Hände. Ah. Okay. Oh. Okay. Upsi. Aua. Das ist gut. Genau. So wie sie es guckt. Lippendo! 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 Run run Ron and Hermione returned to the Gryffindor common room and discussed the strange goings-on at Hogwarts Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor But there wasn't much time to think about who was behind this Especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw Uh-oh Oh Nein, 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 du kriegst nichts Ja, wir sind schon ziemlich nah gewesen Gewesen, komm Ja, komm Komm Ah Komm schon Ah, Ravenclaw, aber gut Nein Wo ist er, wo ist er Ich hab ihn verloren Wo ist er Da oben Ah Wo ist er Wo ist er? Da hinten Komm Ja, komm Ja, komm Komm, komm, komm Ja Pfft Komm, komm Komm, komm Komm, komm Komm, komm Komm, komm Wo ist er? Wo ist er da? Nein, hoch, hoch, hoch. Yes, come on, Potter. Ah. Wo ist er? Wo ist er? Da oben. Ah, da hinten. Irgendwo, da. Ja, komm, 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 nein. Ah, that was close. Und ich bin fast tot. Ja, ich hab ihn fast, komm. Ich war close, aber wo ist er jetzt? Da oben. Da hinten, da oben. Ähm, der andere mag nicht so gern auf seinem Besen fliegen, ne? Komm, komm. Ja, 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 nein, komm. Wo ist er jetzt? Da hinten. Da hinten. Ähm, sorry, Tadella. Look at those sheikers go! Oh. He's Harry. He is the night. Ah, okay. Welcome to Quidditch. I'm your commentator, Lee Jordan. It's Gryffador versus Ravoclaw. Let's play Quidditch. Snitch. Here comes the Ravoclaw Seeker. Dodgers are speeding, Roger. Have you seen the Snitch? Amazing. Ja, komm, komm, komm. Ich sollte nicht immer so schnell sein, glaube ich. Damit ich ihm auch besser folgen kann. Ja, komm, komm. Yes! Yes! Yay, beim zweiten Versuch. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. You can't stay invisible while you cast spells. Oh, ja, ich erinnere mich. Okay, wir versuchen ganz vorsichtig zu sein. Ich könnte theoretisch auch zaubern. Du findest mich gar nicht. Du findest mich überhaupt nicht. Ich bin gar nicht da. Okay, er ist schon weg, ne? Ja, ja, jemand ist schon an dir vorbei. Ich geh mal die Treppen runter. Oh Gott, oh Gott. Nein, nein, ich bin gar nicht hier. Du findest mich gar nicht. Puh. Bye, bye. Okay, jetzt wird er nämlich gleich im nächsten Raum auch sein. Okay. Hallo, hier gibt's nichts zu sehen. Geh mal schön wieder zurück, damit ich hier Flipendo machen kann. Okay, ja, ja. Renn mal da hin. Nö, ich komm nicht. Ich hab keine Lust rauszukommen. So, aber ich find's sehr schön, muss ich sagen, dass diese Passagen, die jetzt hier in diesem Spiel sind, auch aufgenommen wurden. Ähm, ich mein, natürlich sind sie auch so ähnlich im Film, ne, diese Geschichte, aber es ist auch in diesen Lego-Harry-Potter-Spielen eigentlich ziemlich ähnlich. Und das finde ich eigentlich schön, dass es, ja, die ähnlichen Passagen da drin gibt. Die man kennt und liebt von Harry Potter oder von diesen Spielen jetzt speziell. Wo bist du? Ist er jetzt hinter mir? Nee. Du bist hier. Okay, ich warte mal. Ganz vorsichtig. Oh Gott, okay. Hast du mich? Nee, nee, nee. Geh mal, geh, geh, geh wieder. Bitte. Huh, das, das war knapp. Gehst du da bitte wieder aus der Ecke raus? Komm schon, Fisch. Geh. Nein. Damn, das hört er. Okay, shit. Gut. Diese Geräusche. Jetzt würde der Fisch das ganz schön geil finden, dass wir ihn hier an der Nase herumführen. Hi. Jetzt rennt er da hin, weil er denkt so, ja, geil. Ja, ja, I know, I know. Versuch's doch. Ich meine, ja, gerade eben hast du es schon geschafft. Aber jetzt vielleicht nicht mehr. Ich hoffe doch nicht mehr. Ja, für diese blöden kleinen Bohnen springe ich jetzt hier auch noch rum. So, genau, geh mal da in die Ecke und geh ganz schnell wieder weg. Dann werde ich hier zaubern und hoffentlich schnell durch die Tür schlüpfen. Ich warte, ja. Okay. Okay, jetzt. Intruder. Intruder. In the forbidden corridor. Ja. Genau, geh mal wieder deine Runde. Dann kann ich, glaube ich, schon hier durch. Hoffentlich. Ich hoffe, die Tür geht zu. So, hier nochmal speichern. Ich hoffe, ich finde auch die Karte hier irgendwo. Oh, da kommt er. Da kommt er schon. Ich warte mal hier hinter der. Ja. Wäre schon ein bisschen lustig hier. Fühlsch. Okay. Hä? Was? Was ist das? Oh, shit. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Ich glaube, nämlich hier ist irgendwo noch. Hier ist bestimmt noch irgendwo eine Tür, wo ich hin kann. So, genau. Du gehst nur auf den blauen Faden. Das ist gut. Und hier ist aber nichts mehr. Okay, da geht was auf. Ja, ja. Das haben wir schon rausgefunden. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir Fühlsch nicht in die Arme laufen. Das ist ein bisschen... Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Wo ist er denn? Da ist er. Okay. Dann sollte das hier kein Problem sein. Oh Gott. Irgendwie ist es hier ein bisschen dunkel gerade. Liegt vielleicht auch dran, dass es hier in meinem Zimmer hell ist. Aber guck, das schaffen wir. So. Okay. Jetzt geht es unten auf. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das werden wir sehen. Mein Lieber. So. Ich trau mich jetzt mal. Hier durch. Hi. Ja. Komm gerne hier hin. Hier ist nichts. Ich bin nicht hier. Ja. Ich bin nicht hier. Gut, dann wagen wir es. Okay. Okay. Wo ist er jetzt? Ich bin ein bisschen vorsichtig. Jetzt müssen wir hier hin. Ja, komm. Komm. So. Was gibt es hier? Wieder ein Schalter. Okay. Und hier. Ah, da ist noch ein Lumos-Ding. Wie komme ich denn da hin? Hier muss noch irgendwo vielleicht eine verborgene Wand sein. Denn so kommen wir dann nicht hin. Okay. Und dann muss ich nochmal vorsichtig hinter Filch vielleicht entlanglaufen. Du hast mich nicht gehört. Sehr gut. Also entweder ist da noch was oder... Nee, hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich hätte halt gedacht, vielleicht hier sonst. Intruder. Ja, du hörst mich gar nicht. Du hörst mich gar nicht. Ich bin gar nicht da. Ist hier noch... Nee, hier ist gar nichts. Ich bin gar nicht da. Geh mal weiter. Genau. Jetzt machst du sehr gut, Filch. Okay, ich finde hier aber sonst nichts mehr. Deswegen gehe ich weiter. Ah, okay. Kapiert. Gut. Dann hat sich das ja auch geklärt. Hier rüber. Da rüber. Da rüber. Da rüber. Und dann Lumos. Okay, das dürfte jetzt ja nicht mehr so schwierig sein. So, hier hoch. Dann da. Dann hier hin. Und da oben ist noch was. Ich hoffe, da kommen wir auch noch hin. So, und von hier aus. Okay, dann geht da die Tür wieder auf. Und da das Tor zu. Und er geht auch weiter. Alrighty. Dann können wir hier noch Lumos zaubern. Und dann geht's da weiter hoch. Okay. Das heißt also noch mal hier nach oben. Genau, weil hier kommen wir, glaube ich, noch nicht hin. Da? Ne. Sieht nicht so aus. Gut, dann springen wir hier weiter. Da. Und hier. Und hier. Ach so. Okay. Und da kommen wir dann wieder runter anscheinend. Ah, und da geht's noch mal weiter. Okay. So. Sehr gut. Und so. Nein. Nein. Wie kann das sein? Wieso bin ich da runtergefallen? So. 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 Ja, man sollte vielleicht auch nicht so komplett an die Ecken springen, sondern schön mittig. So. Jetzt aber. Okay, sehr gut. Kommen wir da jetzt so wieder rüber? Ja, sollte klappen. Und? Uh. Okay. Das war weiter, als ich dachte. So. Und jetzt. Hier. Uh. Ist auch weiter, als ich dachte. Ja. Geschafft. Sehr gut. Da unten waren wir alles sicher, oder? Wahrscheinlich. Ja. Ein Geheimnis. Bitte lass es eine Karte sein. Komm. Nö. Nur Bohnen. Hier ist wirklich sehr viel Lumos angesagt. So. Und ich muss mal gucken, wie weit wir es heute schaffen. Und jetzt? So. Ach so. Es geht immer noch weiter. Oh. Das war, glaube ich, knapp. So. Und hier hin. Hi. Hallo. Filschi. Danke. Danke, dass du nicht auf mich zukommst. Das werden wir sehen. Ich versuche noch mal so ein bisschen hier rum zu gehen. Ob da noch irgendwas ist. Nö. So. Ja, genau. Die wollte ich gerade zerstören. Oh. Okay. 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 Oh, wow. Er folgt mir. Er folgt mir. Wieso folgst du mir? Scheiße. We are in trouble now, aren't we? Okay. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und dann tricksen wir Filsch aus und gehen in den Turm. Bis dann. Bis dann. Bis dann.